Hallo, wir sind ein Horntrio. Allerdings ein Horntrio der besonderen Art. Das ist Markus, er spielt das normale Horn, so kennt man das. Aber das hier ist André und er spielt ein Englischhorn. André, spielst du auch so Horn im Orchester? Nein, ich spiele Oboe im Orchester. Genau, also das Englischhorn wird von einem Oboisten gespielt und nicht von einem Hornisten. Und ich bin Claudia, ich spiele das Basethorn. Das gehört zur Klarinettenfamilie. Also bilden wir ein Horntrio, aber aus unterschiedlichen Stimmengruppen. Stimmengewirr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020